Wo jetzt, ja? Peace, Leute. Servus. Wie wär's mit einer rundes Platon? ITC. Immer doch. Für euch mal wieder. Na. Das, das... Hallo? Dein... Dein... Na? Alter, was hab ich denn hier für... Herzlich willkommen bei Farbsimilator Part 3. Alter, was hab ich denn hier für ein Predator-Team am... Nee, das war vier, ne? Ach, scheiße. Naja, aber ich hab Lutz dabei. Sweet. Ja, komm, wix da mal rüber, Mann. Kannst du mich mal supporten? Lass mich hier hochmachen. Raiper, kein Supporter. Du bist Supporter, wenn ich dir das sage. Ich will jetzt mal... Wenn ich sag Support, dann krieg ich Support. Krieg ich einen Split Jump nach da oben? Ja, haha. So, jetzt bin ich King of the Dead. Aber nein! Oh, fuck off! Der behinderte mich. Ich war gerade auf der Position, von der ich ficken wollte, ja? Und dann kommt der Typ mit so einer Octazooka an und zieht mich weg. Arsch! Absolut Arsch! Nein, Attack of Titan! Ohne Scheiß, man. Ich hab ja auch das Ding so zu nennen. Ja, das Ding ist ja der Tyson. Ja. Aber das war's dann auch. Ah, er hat gebabbelt. Er hat gebabbelt. Selber zu. Oh, ne, ist die Fickung. Oh shit, unser Sniper macht guten, guten Support hier. Oh, dieser kleine Ficker hat sein blödes Schild noch aktiviert. Ah, da hätte ich dich fast gekriegt, Sniper. Wo auch immer das war. Mistigen... Okay, die Position ist scheiße. Ich hab dir nie gedacht, dass Kino mich umhört. Das Kino erledigt. Sehr schön. Danke für die Rache. Alter, klecks zu den Dreck hier. Nö. Oh, da war noch ein Roller. So, ein Schmuh. Nein! Kino hat mich getötet. Dreck, 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 Dreck. Oh, ich hab den... Ah, das ist... Ach, das ist der Move. Oh, nein! Ich hab gedacht, ich hab die Opta Super als Special. Und dann war es nicht die Opta Super. Genau. Und dann, äh... ...hing der da mit der scheiß Rakete auf dem Buckel. Und der Typ stand vor mir. Und hab das so gedacht. Ah, okay. Ich hab so... Witz, warst du das am Ende, den ich da gesehen hab? Der auf mich gezielt hat? Ich hab so abgelost. Warum haben wir so abgelost? Ich hab mich nochmal schön zum Titan gemacht, damit du keinen Abschluss-Frag kriegst. Sneaky, sneaky. Oh, doch... Oh, doch mal Top-Score. Oh, hey, du hast ja auch diese deutsche Maske. Schöne Gasmasken-Shit. War halt das erste Item mit vier Fähigkeiten. Dachte ich, Mensch, glaub ich, zu. Yo. Same. Aber die richtig guten Items, die kosten dann doch viel Geld. Yo, das ist wohl korrekt. Und ich glaub, bei, äh... Bei dem Spike-Typen mit der lustigen Frisur kostet das dann nochmal. Elf Minuten Sigi, elf Minuten Sigi und elf Minuten, dann kommen wahrscheinlich wieder die... ...neuen Maps. ...die Damen. Ach ja, richtig, die neuen Maps und genau. Ähm, übrigens, du solltest... Nutz, du, wir nehmen das auf. Du solltest vielleicht dann erklären, dass, ähm, wir so zehn vor zwölf haben. Verstehst du, was ich meine? Ja. Die Schussfrequenz von dem Profi-Klexer geht mir aber auf den Sack, ne? Ja, dann willst du die Waffe, die ich grad... Jawoll! Ja, gut, also, er ist, er ist gut für Combat. Ja, aber um Sachen einzufärben, ist der scheiße. Ja, genau dasselbe ist, äh, mit der Waffe, die ich jetzt benutze. Da kam mir gerade einer entgegen und ich war sowas von Out of Ammo. Wenn da nur drei Leute auf mich losgehen, ja, tu was. Genau gesehen, er nügt wieder. Ey, wie diese kleine Schlampe, wieso, wo ist das denn jetzt hergekommen? Oh nein. Achso. Okay, ich spring zu dir. So. Ich hab hier grad ein bisschen aufgerollt. Oh, nice one. Geh mal, Tanky, nach vorne, ja, ich komm mit dir her. Er lag doch noch so lange. Oh, shit, auf, Mann. Nein, ne, 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 ne. Was ist denn heute los bei mir? Ich komm hier irgendwie zu gar nichts. Vielleicht klappt's ja morgen. Heh, heh, heh. Jetzt hat er den Job. Jetzt hat er ihn. Guck mal, wo sind die alle? Sauber! Was hab ich denn? Nein! Ich, Junge. Der Titen. Ich, ich, ohne Scheiß. Ich krall mir, ich krall mir gleich auch wieder den, äh, Medusa-Roller und, äh, fress dich die ganze Zeit mit dem Teilchen los. Ich benutze ja nicht mal den Medusa-Rollern. Der ist nice, also. Habt richtig. Das ist reichlich nice. Finde ich, ist der beste Roller. Medusa-Roller. Doch, ja. Ja. Vielleicht gibt's noch einen, den ich... Shit, Mann, ich krieg nur Frags ab! Aber wir haben aber auch, wir haben aber auch, wir haben aber auch kranke Leute hier in dem Raum, muss ich jetzt mal, muss ich jetzt mal so dazu sagen. Alle schon braun, ey, Bitch! Ach, du Schande. Ja, der hat das komplette Outfit von dem Special-Amiibo-Inkling-Dings. Ja. Ich hab den umgebracht, der hatte Tinsuka. Ja. Ruhe. Na? 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 Ja, ich gräse einfach nur, alter Grasen. Das kleine Fischdürftchen. Der wird knapp, oder? Nee, ich glaub, das haben wir. Ja, doch. Nee. Doch. Schade. Trotz, dass ich ihn aufs Maul bekommen habe. Alter, ich glaub, ihr habt zu dritt gewonnen, so like. Ja, der Hammer, der ist hart abgegangen. Und am Ende hab ich mich mit dem Team auch nochmal gut abgeräumt. Ja, warte, bis meine Klamotten fertig geskillt sind, dann gibt's ein Throwback. Wir sehen uns wieder, wenn meine Klamotten fertig geskillt sind. Echt? Ist so so. Wenn ich endlich meine drei Adidas-Streffer habe. Genau. Nice one. Ich schwöre euch, wenn es irgendwann mal lange Hosen gibt. Mercedes-DLC gibt. Nein, wenn es irgendwelche lange Hosen gibt, ist es mir scheißegal, welche Skills sie haben. Ich werde sie anziehen. So, Lutz, tu was für dein Geld. Noch 1003. Was für ein Geld? Gibt nix. Niemand muss wissen, dass ich euch von ITC nicht bezahle. Wie bitte? Wo ist mein Schild? Boah, Lutz schon wieder, ne? Jedes Mal dasselbe. Wie geil hat die Scheiß-Lache denn gerade? Ich denk so, meine Teammates, die haben nass. Die schützen mich da oben. Na, die schützen mich da oben. Kann sie auf keinen Fall lassen, ne. Sie war aber noch nicht. Ich bin richtig. Zweck. Dreckslich-Betschhe, der nicht ganz Tintenfeschesse. Ich hab' das Tintenbeschesse. Oh, shit. Titten ready for deployment. Ah, ich weiß auch, wo Lutz ist. rechtlich ist die schluss wir sind gar nicht im team Ich bin mit Lutz in einem Team. Das ist mein persönliches Achievement für heute, mit euch allen in einem Team zu sein. Oh boy! Ich hab keinen Überblick heute irgendwie. Das ist doch behindert. Oh toll! Ich hab Lutz natürlich mit irgendwem verwechselt, der weiter vorne war. Boah! Gut, dass ich gerade so out of range war für Rending Man. Oh ja, geh ins Schild! Ey, dieses Schild ist einfach die brutalste Fähigkeit. Ja, zusammen mit dem Tinten. Ja. Oh, ich hab meinen Tinten schon gar nicht fertig gehabt. Ich drück halt wie beklopft auf den Analogsteepon. Nichts passiert. Mist, Alter. Wo ist mein scheiß Team? Heißt, ich hab zwei von diesen Freaks gefraggt und dann war's das. Ich hab zwei von diesen Freaks gefraggt und dann war's das. Fuck. Oh, das könnten wir jetzt verlieren, ey. Alter, kleckst rein, was geht. Keine Leck von mir rum. Mist. Könntet ihr verlieren, ja. Ah. Ja, wenn ihr jetzt noch einen ordentlich Push gemacht hättet, aber mir hat das nicht geklappt. Als ob... Ich hab mein Team... ...eine von zwei Minuten nicht gesehen. Okay. Oh, Hammer da wieder. Ah, der hat gebubbelt, ne? Aber ihr habt aber auch die brutalen Leute, ne? Ja, wir hatten einen mit Junior-Klexa, der dauernd gebubbelt hat. Das ist ziemlich nervig, wenn du dagegen antreten musst. Und ich halt mit dem nervigen Tinten-Fisch. Und der zählst du da? War das noch ein Match und dann? Ein Match und ein Klamottenwechsel. Klamottenwechsel, ja, okay. Ey, ich bin jetzt bei plus 18, Hammer, ey. Ich will ne Belohnung dafür. Plus 18? Da kriegst du aber gar nicht so viel Kohle für, leider. Äh... 1.500? Ja, irgendwie sowas, aber das ist ja gar nichts. Okay, ist das besser als nichts, aber... Ja, geschenkt ist... Geschenkt ist geschenkt, ne? Ja. Geschenkt. Go. Äh... Jesus. So, diesmal nicht, Lutz, ey. Ah, hab ich drüber gesprungen, Hammer. Aufsinn. Aufsinn. Ah. Bang. Yeah. Frag, bitch. Das war Tino. Kommt doch wieder einer mit so nem Bubble an. Tino hat mich gekürtet. Tino ist hart drauf. Tino, ey. Was läuft denn bei Tino? Was unterscheidet eigentlich die Insta-Bomben von den Klecksbomben? Die Insta-Bomben explodieren ohne einen Delay. Achso, die Klecksbomben? Achso, ja gut, die haben einen kurzen Delay. Und die machen weniger Damage, die Insta-Bomben. Darfst du? Ja. Mute, ready, Feuer! Ja, schön. Hinter! Fractors Bitch, fiech! Oh, das ist kecks. Fractors Bitch, fiech! Dann erst recht. Frackers! Ich mach aber gar nicht so viele Punkte, ey. Mein Team fährt alles ein und ich mach höchste Skills. Oh, Alu ist auch da. Oh, cool. Was hast du gedacht da unten? Ja, hab ich wirklich. Oh. Let's Double Kill. Kill dich noch. Ah. Juck, 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 juck. Nein. Mies. Ich krieg nicht mal 900 Punkte, ey. Einfach weil das Team hart rasiert hat. Heul noch rum, weil du gewonnen hast. Heul einfach noch rum währenddessen. Ich will mehr Punkte, mein Freund, mehr Punkte. Oh, Peace. Ähm, Alter. Alu hat richtig rasiert bei uns im Team. Ja, der ist gut. Aber vorher hat er noch rumgeheult. Ah, ich weiß nicht. Ich hab noch nie so wirklich sowas gespielt. Mhm, 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 mhm. Neue Ausgabe. Ausgaben Nachrichten ist verfügbar. Okay. Nice. RTL 2 News. Let's go. Vom Niveau dasselbe. Wenn wir schon dabei sind, wer ist besser? Aioli oder Limone? Ich glaub, ich bin ganz klar der Aioli-Typ. Einfach nur, weil die ein bisschen frecher guckt. Keine Ahnung, Limone guckt, als wenn die hart einschläft. Die eine hat einfach ein Fressnapfer auf dem Kopf, die andere so ein Stück Pizza aus Gelatine. Ja, ich weiß, die Haarspangen von denen sind insgesamt nicht so geil. So, was haben wir denn für Arena? Aravanacenter? Nice. Haarspangen, das sind die in ihrer Zähne. Soll ich such schon mal? Nein, Lutz. Haarspangen, nicht Sahnspangen. Das, was die da auf dem Kopf haben, sind keine Hüte. Das sind so Haarspangen halt. Keine Ahnung. Nein, nein. Das ist ein Fressnapf und ein Stück Pizza. Ja. Bleib spritzig. Auf Englisch viel besser, Mann. Das ist Stay Fresh. Ohne Scheiß? Stay Fresh? Bleiben? Ohne Brühe. Hauen die auf Englisch raus? Ja. Boah. Okay. Mit Stay Fresh verabschieden wir uns dann aus diesem Part. Klickt auf die nächste Episode, dann machen wir hier weiter, Leute. Bleib geschmeidig. Bleib. Stay Fresh. Meine Pilotenbrille für 15.000. Kaufen. Ich bleib erstmal bei Gasmasken. Lutz, Lutz, ich lass dich einfach da hinten bei Sigi in der Gasse. Du kannst da tun, was du Bock hast. Wir machen hier Cut.